Spur, Spur. Ah. Ah, los. Ich komm, ich hab jetzt neuerdings das Problem, dass ich immer da ins Rutschen komme. Ich glaube ich... Also ich würd' zu schnell machen einfach, weißt du, ich würd' einfach zu schnell bleiben. Und dann fang ich an zu trichten. Ja, ja. Bei mir ist irgendwie das Ding, ich... Ich bremse zu sehr ab. Oder lenke irgendwie falsch, weil ich bin dann immer viel zu weit an der Außenkante und ja, dann... knattert's auch so ein bisschen. Ach, leck mich an den Arsch. Oh je, das war gut von mir. Oh, Junge, 248. Jawoll, Alter. Aber knapp, Alter, weil ich war ganz schön kacke, ich war bei 35, 36 sowas irgendwie. Wir haben jetzt 0,19 kmh drüber. Ehrlich? Also 0,19 kmh drüber. Das war schon kacke. Ja, ich hab's dir... Weil ich hab kurz vor der Kurve wieder in der Auto gerammt. Ja, egal. Geschafft. Ich hab's dir aufgetaucht. Guck mal, ich hab schon lilane Dinger hier. Also rosa. Weil ich über Level 130 bin. Schön am Vorleveln. Mhm. Dann. Ja. Ja. Ja.